Ich glaub, ich glaub das Boot, wenn... Sie haben das Benzin. Ja, jetzt zurück zum Boot. Ähm, und was für Kanister sind das nochmal? Diesen. Hier gibt's Verbandszeug! Wirklich, warum gibt's hier nochmal Verbandszeug? Ja, ich wollt grad sagen, hier steht schon wieder das nächste Modepack. Wir dürfen jetzt übrigens wieder zurück und es wird gleich sehr regnlich. Kann man ja eigentlich auch die Tanken hier in die Luft sprechen. Lade nach! Ich will nicht ausprobieren, wenn wir alle daneben stehen. Ich schon. Ich glaub aber nicht. Auf, gehen wir da durch, das müssen wir schnell machen am besten. Kommt die, ja. Ja, ja. Ich folge deinem grünen Diesel. Aua! Entschuldigung. Der Fahrstuhl wieder nach oben. Sie hat schon ein Bume mitten im Maisfeld explodiert. Aber das haben jetzt relativ... Welches Maisfeld? Ich seh' nichts. Krass. Wieso? So. Auch kommt rein, Milds. Jetzt ein Smoker wär' auch geil, ne? Ja. 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 Da hat's nur noch'n Smoker. Ja. Ja. Twitch, hier nicht lang. Wir gehen nach links. Ja. 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 Hast du gehört, was das Biest macht? Biest. Macht. Was denn? Es reicht nicht auf mir. Achso, es reicht nicht auf mir. Wo bist du? Hier unten. Ja. Okay, ich bin bei dir. So. Wir müssen jetzt den gleichen Weg zurück, ne? Ja. Dann gehen wir bitte nicht so schnell, dann seh' ich dich gleich noch gut. Ja. Ich kann dir hier nicht so schnell jetzt überlaufen. Wasser. Ja. Kann man hier irgendwo oben entlang? Ja, ich komm hier oben. Hier auch, ich bin oben. Aber wir müssen hier eh wieder runter. Wir müssen hier nicht irgendwo hoch, ja, wir müssen irgendwo hochkommen. Wir müssen da hinten. Oder man geht hier hin. Ach, der hat's gar nicht abgesehen oder was? Hinter dir, hinter dir. Ich glaube, ich kann dir erzählen, warum er sich abgesehen hat. Weil du hinter mir warst und ihn angeschossen hast. Ich glaube, er wollte mehr die Sex in Motion. So. Er rennt wieder zurück. Oh, da. Jetzt lang geht's. Nick rennt zurück und Alice ist da jetzt. Hier, wir sind dann. Ja, ich komm schon. Ich muss das mir hier das Wasser geben. Warte, um an die. Ja, Nick und Alice sind dann erstmal weg, ne? Mhm. Okay. Lade. Äh, da rein? Nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Aua, ich steh halt direkt vorm Tank. Das ist scheiße. Ich liege. Lebt er noch? Denn ja, wo ist er? Ja, mein Nick. Hinter dir. Ja. Der geht erstmal hoch, dann kann sie mitkämpfen. Alles guter Schuss. Nick stirbt dort. So, lass mal sehen. Alles klar? Okay. Danke, das war's gut. Geht schon viel besser. Ah. Ups. Schade. Weder spielt mein Maus noch, oder ist der. Bist du da? Nein. Jetzt. Hier sieht man schön viel, ne? Ja. Hier müssen wir noch hoch, oder nicht? Geh oben entlang, über. Da bist du auch schnell. Bei dir ist auch relativ zombie frei, da wollen wir nicht da unten gegen den kämpfen. Nein. Tschüss. Und Alice springt hier hinterher. Ah, ne. Hier kommt er nicht. Oh, fuck. Oh, au. Hier unten geht's übrigens weiter. Oma. Der Dreck ist schlimmer als der Sumpf. Ich bin selbst Hernan. Lade nach! Ja, das ist der Plan, dich noch schneller zu machen. Ähm, du weißt, dass du jetzt schneller bist. Ja. Und ich humpel. Lade nach! Sehr geil! Ich weiß gerade nicht, warum ich ihn gegen das Bein und nicht gegen den Oberkörper geschossen hab. Das war schön einer weggeflogen. Lade nach! Ups, scheiße. Ich hab ihn doch runtergeschlagen. Ist der Splitter tot? Oh, jetzt ist der Diesel leer. Der Diesel? Ich weiß gar nicht. Woher ist denn das? Ah, ne, ist nicht tot. Nein, ich liege vor dem Session. Da wären wir noch Alice und Nick. Wir sind verloren. Und da ist es selbst, was wir sowieso machen. Also, wenn wir erzogen, der Weg zu werden, ne? Also, ohne Alice und Nick. Hatte ich gerade gesagt, dass sie alles nur träumt. Moment, ich muss mich heilen. Oh ja, das geht zurück und durch. Bitte lass. Ich hab gedacht, wir nehmen gerade einen Medi-Pack und keine Drogen. Ich mach die Tür zu. Oh. Es ist leider mit einer Cyber nicht so schön, wenn große Monster-Massen da sind. Und... Du hast recht, man zieht den Tag wirklich manchmal nicht, weil man liegt. Ja. Ups. So, dann, äh... Kommen wir jetzt schon wieder ganz zurück. Kommt jetzt der letzte Part, oder? Ne, ne? Da kam noch mehr. Da kommt, glaub ich, noch mehr. Das Wasser steigt schnell. Also los. Lade. Warte mal. Darauf hab ich gerade keine Lust zu tun. Ey. Meine mögen mehr. Du kriegst nen Kill. Bei meiner sind mehr. Ja. Wie war's da? Oh, schau mal, dass da auf dem Boden ist. Ja. Also, wieder. Ach, wieder? Ne, noch, oder? Nö, wieder. Ich war vor dir oben. Naja, das weiß ich. Aber ich dachte, das war noch von vorher. Nö. Ich hab nur gesehen, wenn man da hochkommt, guckt man direkt auf dem Boden. Der Holly klettert nach mir hoch. Warum nicht? Ich. Der Nachbar haut schon wieder seine Tür ein. Ja, das ist so ein Hobby von dem... Ah! Nein! Schocky, 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 Schockett. Nicht nur bisschen Schocky. Kette. Nicht nur bisschen Schocky. Sicher, dass es männlich war. Ja.